Sie müssen trockene oder tiefgefrorene Lebensmittel handhaben und Ihre Produktionslinie von Zeit zu Zeit abreinigen, um den Hygienestandards einzuhalten. Dann haben wir die passende Lösung für Sie, unseren Strömungsgreifer SFG für trockene und tiefgefrorene Lebensmittel. Der Greifer wurde von uns in Anlehnung an die EHEDG-Richtlinien zum Thema Hygienic Design konstruiert und voll aus FDA-tauglichen Materialien hergestellt. Somit kann der Strömungsgreifer bedenkenlos bei direkter Lebensmittelanwendung eingesetzt werden. Der Strömungsgreifer SFG ist modular aufgebaut. Er besteht zum einen aus dem Grundkörper, dem eigentlichen Strömungsgreifer. Dieser kann unterschiedlich an Ihre Anwendung angepasst werden. Sie können ihn seitlich an ein Montageprofil anbinden oder über eine Verlängerung etwas vergrößern, sodass ein Roboterflansch hier oben mit angebracht werden kann. Um eine möglichst große Produktvielfalt haben zu können, haben wir hier unterschiedliche Saugreifer. Durchmesser 20 bis 50 mm. Modular zusammengebaut wird der Grundkörper mit dem Saugreifer. Und schon sind Sie fertig, um Ihr Werkstück direkt zu handhaben. Unsere Highlights des SFG noch einmal in Kürze zusammengefasst. Kompakt, leicht und FDA-tauglich. Weitere Informationen finden Sie unter schmalz.com eine Frage, um ganz servicio an die Frage an die Frage noch ein paar Kürze für Adäole. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020